das ist die tägliche andacht aus dem buch maranatha der herr kommt geschrieben von das weiße kleid ist bedingung da ging der könig hinein sich die gäste anzusehen und sagte einen menschen der hatte kein hochzeitliches gewand an und sprach zu ihm freund wie bist du hier herein gekommen und hast doch kein hochzeitliches gewand an matthäus 22 vers 11 und 12 das hochzeitskleid im gleichnis symbolisiert den reinen makellosen charakter den die waren nachfolge christi besitzen werden der gemeinde ist ergegeben sich anzutun mit schönem reinem leinen offenbarung 19 vers 11 dass sie keinen flächen oder runzel oder etwas dergleichen er fester 5 vers 27 habe das feine leinen so sagt die schrift ist die gerechtigkeit der heiligen offenbarung 19 vers 8 es ist die gerechtigkeit christi sein makellose charakter der durch den glauben allen verliehen wird die ihn als ihren persönlichen heiland annehmen unsere ureltern trugen das weiße kleid der unschuld als sie von gott in den garden eden gesetzt wurden aber als die sünde eingang fand trennten sie sich von gott und das licht das sie bisher umgeben hatte verließ sie der mensch kann nichts erfinden und damit das gewand der verlorenen unschuld zu ersetzen nur die kleidung die christus selbst bereitgestellt hat kann uns tauglich machen in gottes gegenwart zu erscheinen diesen mantel das kleid seiner gerechtigkeit wird christus ist wie er mit dem weibstuhl des himmels geworben wurde enthält keinen einzigen faden menschlicher planung und überlegung christus entwickelte als mensch einen vollkommenen charakter und er bietet uns an uns diesen charakter zu geben alle unsere gerechtigkeit ist wie ein beflecktes kleid jesaja 64 vers 5 alles was wir aus uns heraus tun können ist durch sünde beschmutzt doch der sohn gottes ist erschienen dass er ist erschienen auf dass er unsere sünden weg nehme und es ist keine sünde in ihm erster johannes 3 vers 5 durch seinen vollkommenen gehorsam hat er es jedem menschen ermöglicht den geboten gottes zu gehören wenn wir uns christus völlig hingeben dann ist unser herz mit seinem herz verbunden unser wille verschmilzt mit dem seinen unser denken verbindet sich mit dem seinen die gedanken werden ihm unterworfen wir leben sein leben dies ist es was es bedeutet das kleid seiner gerechtigkeit zu tragen wenn der herr uns dann anschaut sieht er nicht das kleid aus feigenblättern nicht die nacktheit und die entstellung der sünde sondern sein eigenes kleid der gerechtigkeit welches ist vollkommener gehorsam gegen jachwes gesetz ich wünsche ihnen einen gesegneten tag gott mit uns ein 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 ein